Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Das ist die erste Folge, die online kommen wird, mit GTA 5. Ich würde mich voll slacken, wenn es euch fällt, lasst like und dann auch da. Und ja, zu brennen. Ah. Als ob ich abbremse, da. Das ist ja von Tutorial. So, ähm, ja, gut. Deine wird jetzt abgeknallt. Der Arme. Das war ja die Sniper. Wir machen so lange, bis eine Million habe. Stand in here! Finish me! Motherfuckers! Hey, you! You, hey! Check! Dad! Schöne! Watch you, Simon! Help! Wicke! Dad! Wicke! Dad! Wicke. Schöne! Ich weiß nicht so, wer! Wag, wo ist das? Wicke wie das ist. ! Wicke! mal gucken was wir jetzt bekommen sorry für die tastatur ich kann das nicht fixen das ist der charakter den wir gleich spielen GTA 5 i ist 1, i v ist 2, i v 3, also i v, oder i v v, dann i v, ne ach wer ist es wir gucken können ob wir so den wach wir so nicht wechseln können ja es gibt immer ja morrer die cheaten in viele games das hat wohl nicht gereicht oder was traurig 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 da müsste ich jetzt zwei miller tov haben die tv ist für spiele gamer von 1 wir arbeiten und so bis eine million bis zwei million drei vier ja naja wir lassen uns überraschen bis weiter geht wie wir es machen wo wir es machen ob es bei twitch youtube was auch machen ich packe jetzt noch was aus ich sage nicht wo keiner solche wissen wo ich wohne mich besuchen kann ok ich überlege mir ob ich ihn jetzt es ist ein Küche und ich schneite ich kann es ist es ist ich kann ich kann es ich kann es ich kann es ich kann es Nö. Mittelfinger? Nö, diesmal nicht. Sonst kam Mittelfinger-Mais. Aber... Warte! ein fringer wenn ihr nein macht also nur wer will kann es machen aber ich muss nicht naja wir müssen bis zu warten mit zwei millionen hoffentlich wenn ich wurden wir gescannt wo ich jetzt nicht hoffen das t war schreiben ich habe michelle mit mir S S Man muss probieren, ob man gleich Freunde bekommt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, probiert man halt den zweiten Tag, dann dritten, dann vierten, dann fünften. Hey! 3, 2, 1 ach junge leck mich doch mal reden aber pech muss auch klark der weiß was er nervt mit seine schieße weil ich komme neu drauf und hier ich werde schon geraumt die 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 haha was deine mutter ist deutsch nach freunde ich werde weg bin gleich wieder da mich hat kurz wer angerufen okay ich will ja kein schaden oder so und die bullen ist nun ganz normal mann wird leicht gemacht hat er freunde ja 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 Die Polen kriege ich nicht los, Freunde. Lester, Lester. Nein, Lester. Lester ist nicht los. Ich habe nichts mit dem Platz. Ich habe nichts mit dem Platz. Was ist hier? Na ja, muss ich da noch loswerden. Tja. Oh nein. 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 Oh nein! Hehehe, wer ist ein Kippie? Oh nee... Oh mein Gott... Gott! Ups, Mama. K.O.L. Laisen. Laisen. Oh, K.O.L. S�� chair, Rul Cheта M, 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 m. Planning to keep loading through. D. la plop la plop la plop la blablabla kann mich mal von der stadt neue aufnahme bis gleich bei uns bei dem mal